Behalte Deine Männlichkeit. Einen Schlüssel zum Öffnen. Dual-Cut-Technologie passt sich eng an die Gesichtskonturen an. Kein direkter Hautkontakt mit der Klinge zur Sicherheit. Flexible Passform an Wangen, Kinn und Hals. Erhalten Sie ein schnelleres, engeres Gesamtpflegeergebnis. Vier Stoppelkämme für gleichmäßiges Haareschneiden. Erfüllt Styling-Anforderungen. Leicht zu reinigen unter fließendem Wasser abspülen. Wiederaufladbarer, langlebiger Lithium-Ionen-Batterie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.